Bacera Podcast Wunderschönen guten Tag, CR7Z. Alles klar bei dir? Wunderschönen Tag, lieber Dirk. Bei mir ist alles super. Wie geht's dir? Alles bestens, ehrlich gesagt. Zuallererst wieder mal absoluter Wahnsinn. Dein neues Album, Gaia. Ja, was soll ich dazu sagen? Keine Worte so. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Bei mir wirklich absolute Favoriten, Elise und Magneten. Lösen wieder bei mir absolute Kopffilme aus. Ja, Magneten kam ja heute auch ein Video raus. Heute ist der zwölfte, sechste. Genau, das wollte ich sagen. Zu Magneten kam heute das Video raus. Kann man auch auf YouTube natürlich direkt mal abchecken. Und mich würde mal interessieren, kannst du mal was zu der Song-Entstehung erzählen? Wie und wann die Idee dazu kam, zu dem Song, speziell Magneten? Ja, kann ich. Also es ist eher eine Mischung aus verschiedenen Punkten, die ich in diesem Track zusammengefasst habe. Wieder mal halt persönliche Erfahrungen verarbeitet da drin. Und auch die Beobachtung, die ich halt mache bei Menschen. Zum Beispiel eben auch diese Stelle, so kennt ihr das, wenn jemand nett ist, findet man ihn trotzdem ätzend. Da bin ich zum Beispiel drauf gekommen, weil einfach ich auch bemerke, dass es so viele Hypermoralisten gibt. Also in meinem Umfeld oder auch wenn ich mal in die Medien gucke und so, dass immer schnell der moralische Zeigefinger gehoben wird und dass quasi alle, die friedlich, freundlich und bei denen Friede, Freude, Eierkuchen, sag ich mal, so propagiert wird oder nach außen getragen wird, dass dahinter eigentlich dann doch ziemlich schnell irgendwie eine Antipathie herrscht oder dass eine Art von Verstellung auch teilweise ist. Entweder sich selbst gegenüber, dass man sich selbst belügt oder sein Gegenüber belügt. Und ich witter das. Also das war schon in meiner Kindheit so. Ich habe irgendwie, da hatte ich auch immer Ärger mit meiner Mutter bekommen, beispielsweise, wenn wir mal irgendwo essen waren oder so. Und die Kellnerin kam an, war super freundlich, super nett. Und dann ist sie vom Tisch weggegangen. Ich habe zu meiner Mom gesagt, so die ist ein total böser Mensch. Und meine Mom hat gesagt, wieso, die war doch voll freundlich. Da habe ich gesagt, das hat aber damit nichts zu tun. Ich spüre trotzdem, dass das nicht echt war, diese Freundlichkeit. So was zum Beispiel. Also dieses, ja, dass man das halt irgendwie spürt. Das habe ich da mit rein. Dann ist mir halt dann auch der Gedanke gekommen, warum ist das so? Und dann hat mich das irgendwie an Magneten erinnert. Also das einfach, auch selbst wenn jemand aus wirklich reiner Überzeugung ganz freundlich ist und freundlich rüberkommen will, so wie es teilweise auch bei mir ist nach Konzerten und so weiter, bei Fans und so weiter, die halt einfach wirklich nett sein wollen, gehen mir dann teilweise auf die Nerven. Natürlich nicht alle so vereinzelte Personen sind das. Aber da ist halt diese Freundlichkeit auch was, was mich eher abstößt. Also da mag ich dann lieber jemanden, der dezenter und zurückhaltender ist. Und deswegen dieses Magnetenthema, also mit der Anziehung und dem Abstoßen und so weiter. Da geht es natürlich auch darum, dass halt viele Leute Recht haben wollen und vielleicht nicht im Recht sind. Dann sage ich wiederum in dem Track, ich muss nicht unbedingt Recht haben, aber du musst mich auch akzeptieren mit meiner Einstellung und so und mich nicht von deiner versuchen zu überzeugen, sondern dass man sich gegenseitig akzeptiert und beide dürfen im Raum sein. Keiner muss den Raum verlassen, weil der andere eine andere Einstellung hat und solche Sachen. Es spielen sehr, sehr viele Punkte mit rein und das waren jetzt mal zwei davon. Da habe ich auch letztens in das Interview reingehört, Radiointerview mit Visavi. Und da hatte sie dir auch gesagt, dass du einer der wenigen Künstler bist, der solche Filme und Gefühle bei ihr auslöst. Und das ist ja bei mir wirklich genau das Gleiche so. Gehst du da, wenn dir das Menschen häufiger sagen, anders dann ran an die Produktion, an die Songs? Also bei mir ist es wirklich, kommt das von ganz alleine. Also ich reflektiere eigentlich nur das, was sich in mir abspielt oder wie ich die Welt beobachte und bringe das dann auf diese Art und Weise zu Papier über die Jahre oder beziehungsweise jetzt heutzutage digital schreibe ich es in den Computer oder ins Handy. Und das kommt tatsächlich dann bei den Leuten so rüber, weil das mein Style ist, den ich über die Jahre entwickelt habe. Ich habe anscheinend irgendwie eine Möglichkeit gefunden, so zu rappen, dass es sehr nah am Menschen dran ist. Viele sagen, es hört sich teilweise, also was heißt viele, aber manche haben gesagt, es hört sich so an, als ob ich mit denen reden würde, anstatt sie sich jetzt gerade einen Rap-Song zur Unterhaltung anhören. Sondern das ist wirklich so, als ob dir jemand ins Ohr redet so und wirklich was von dir will sozusagen und dir was mitteilen will. Und das muss mich da wohl entscheiden, das halt unterscheiden zwischen anderen, bei anderen Leuten so. Also weil das ist halt sehr nah und geht halt anscheinend ans Herz und ich kann das anscheinend auch sehr gut umschreiben, wie Leute denken und fühlen vielleicht sogar auch. Also ich selber steuere das gar nicht. Das Einzige, was ich unter Kontrolle habe oder was ich jetzt mittlerweile weiß, ist, dass ich natürlich öffentlich jetzt Gehör finde und von Jahr zu Jahr immer mehr. Und das habe ich natürlich im Hinterkopf, dass ich jetzt nicht mehr ganz so wild und random, teilweise unverständlich auch für meine Außenwelt drauf losschreibe, sondern auch wirklich versuche, dass Tracks mit dabei sind, die wirklich auch ein Großteil der Leute, die es dann hören, auch verstehen können. Und weil früher war ja alles noch sehr kryptisch, mystisch und verschachtelt und so weiter. Und da bin ich ein bisschen zurückgegangen, um es einfacher zu gestalten. Aber diese Magie, dieses Fesseln und die Atmosphäre, die ist Gott sei Dank nicht verloren gegangen. Aber hast du das selbst auch bei anderen Künstlern, also wenn du Leute hörst, dass du diese Gefühle, Filme hast? Das ist bei mir allgemein, wie der ganz normale Musikgeschmack bei mir ist. Also es gibt verschiedene Künstler, von denen ich mal Songs gut finde und mal Songs schlecht finde. Und wenn ich den Song gut finde, dann kann das sein, dass darunter wiederum ein Song ist, der mich genauso tief berührt und so krass anspricht, so direkt anspricht, dass ich da sofort relaten kann quasi. Also ich weiß sofort, wo der ist gedanklich und von seinen Gefühlen her. Das kommt sehr selten vor, aber unter anderem auch bei tatsächlich unterschiedlichen Künstlern. Also das können wirklich alle möglichen Leute sein. Sogar aus unterschiedlichen Musikrichtungen sogar, nicht nur im Rap. Wir hatten es ja auch schon öfters drüber, dass du während deiner Produktionsphase oder wenn es um deine Musik geht, dich da auch extrem darauf konzentrierst und dich gar nicht so von irgendwelchen Dingen außerhalb ablenken lässt. Hörst du aber während der Entstehungsphase auch Musik von anderen Künstlern oder geht es da straight um deine Mucke, nur deine Beats? Wie sieht das bei dir aus? Tatsächlich höre ich dann meistens meine eigene Musik, meine eigenen Beats und schreibe jeden Tag an meinen eigenen Songs und möchte mich dann nicht irritieren lassen, indem ich von anderen Leuten Musik höre. Auf der anderen Seite schaffe ich mir natürlich auch mal ein paar Tage Pause dazwischen. und jetzt zum Beispiel zur Entstehungszeit von Gaia, von dem letzten Album, habe ich tatsächlich in den Pausen immer viel Griselda Records gehört, also Conway the Machine, Benny the Butcher, West Side Gun und das ganze Umfeld von denen auch. Das war so, was ich entdeckt habe, ein bisschen zu spät. Andere Leute haben die schon Jahre vorher auf dem Schirm gehabt und da habe ich mich jetzt immer mehr reingegraben. Und das war dann quasi wie so mein Hobby nebenbei, mal diese ganzen Releases, die die in den letzten Jahren rausgebracht haben, abzuchecken. Und das war dann eben meine Pausen sozusagen. Aber da habe ich auch wirklich gar nicht an meinen Sound gedacht und mich auch null inspirieren lassen oder irgendwas. Nee, also dafür beherrsche ich mein Handwerk wirklich schon so gut, als dass ich mir jetzt noch irgendwas anderes nebenbei anhören müsste, um da irgendwie kreativer zu werden. Vor allen Dingen, ich hatte ja auch über 100 geile Beats, wenn nicht sogar 200 so. Und da musste ich erst mal genügend auswählen, was ich nehme und so weiter und so fort, genau. Und du hast auch öfters schon jetzt die letzten Mal erwähnt, oder schon als dieses ganze Hip-Hop-Ding, Rap-Ding sich so ein bisschen verändert hat, dass es aktuell nicht so ganz dein Film ist. Glaubst du, das ist so eine Phase und es kommt wieder zurück zum Schwerpunkt Rap oder meinst du, es entwickelt sich in eine ganz andere Richtung? Ich hoffe es, dass es wieder zurückkommt, weil, wie ich jetzt auch gerade als Beispiel schon genannt habe, dass ich das Griselda-Movement mitverfolge in Amerika. Die machen ja wirklich wieder Sound, wie damals in den 90ern oder noch früher, noch grimier, noch direkter, noch realer, noch dreckiger, einfach noch roher. Und das ist halt natürlich komplett das Gegenteil, was in Amerika im Mainstream-Rap passiert. Da muss ja alles glatt gebügelt sein, alles ganz clean und glänzen und bling-bling und so plastikmäßig sein, autotune, elektronisch und so weiter und so fort und sehr bunt. Trotzdem sind die jetzt gerade wieder gut im Kommen. Also ich drücke denen die Daumen, dass die vielleicht schaffen könnten, das sogar entweder einen Gegenpol herzustellen zum Mainstream-Rap, der auch ebenfalls Mainstream dann wird, dieser Underground-Rap quasi, oder eben vielleicht sogar es schaffen, wieder richtigen, vernünftigen Rap aus den Wurzeln sozusagen wieder zurückzuholen. Das wäre sehr wünschenswert und dasselbe wünsche ich mir für Deutschland auch. Allerdings sehe ich da kaum Künstler, die das Ruder rumreißen können, weil wirklich jeder 12-, 13-, 14-jährige Typ, der irgendwie jetzt Instagram hat oder TikTok und was weiß ich, möchte natürlich dann klingen wie ein Kapital oder wie ein, was weiß ich, Bushido oder wie ein, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, irgendwas mit Lil am Anfang, genauso wie in Amerika halt. Es ist halt, Deutschland rennt ja... Lil CR7Z. Ja, Lil Z, Lil Z da. Nee, aber die Rennen, Deutschland kriegt doch immer vier, fünf Jahre Amerika hinterher. Es ist doch, es ist immer so dieses Phänomen, was ich beobachte. Wenn, was jetzt gerade in Amerika Hype ist, ist jetzt, wird mit Sicherheit in zwei, drei Jahren von irgendeinem nachgemacht. Oder vielleicht jetzt sogar schneller, vielleicht sind wir jetzt sogar schneller geworden im Anpassungsprozess. Wobei du ja auch schon gesagt hast, du bist ja auch ziemlich offen, was Musikgenres angeht. Ach, klar. Ich glaube, du zwitschst ja auch mal gern einen guten Jungle Track rein oder Dubstep oder so irgendwas. Voll oder auch sogar eben Trap, also ganz im Ernst. Ich habe sogar letztens, wo ich mal wieder ein bisschen gefeiert habe, um wieder ein bisschen in Stimmung zu kommen, auch ein paar Bubar-Tracks angeschmissen, sogar El Goonie war was dabei. Also so, ne, also richtig, äh, das Typische eben, so das Trap-Auto-Tune-Zeug. Ähm, finde ich ab und zu auch mal cool, aber ist jetzt nicht so, dass ich mir das jetzt wie die ganzen Leute bei uns hier in der Stadt, zum Beispiel, weil ich wohne in der Innenstadt, äh, alle, die das, äh, die die Scheibe runtergekurbelt haben, ähm, das ist immer dieselbe Grütze, also die fahren sich das wirklich jeden Tag rein. Ähm, und dafür, dafür bin ich, weiß ich nicht, entweder zu, nicht, nicht zu sehr abgestumpft wahrscheinlich so. Also da muss, muss man schon ein bisschen stumpfer drauf sein, um, um diese Musik die ganze Zeit wirklich zu hören und das wirklich da, äh, da, da drin aufzugehen. Also mein Ding ist es überhaupt nicht, ich, ich verstehe das nicht so ganz, aber ab und zu kann ich es mir auch anhören. Aber ich versuche es immer nachzuvollziehen, weil ich höre mir dann so zwei, drei Dinge an und dann brauche ich aber auch wieder einen Wechsel, so, weißt du? Es ist, äh, es ist schwierig. Ja, für mich ist es halt super unkreativ, dann eben, was halt das Schlimme ist, ich hab's eben natürlich schon vorher in Amerika oder in Frankreich gehört, das ist halt dann so, okay, das ist jetzt das deutsche Pendant dazu oder, ähm, eben halt, das halt sehr inhaltslose Scheiße ist, also so, die erzählen immer dasselbe so, das ist immer auf demselben Muster aufgebaut, mit minimalen Veränderungen nur drinnen. Also, es ist ja eine ekelhafte und maschinelle Art, Musik zu machen und hat für mich mit Herz und Seele nichts zu tun. Ein, äh, Vibe-Movement dahinter, wie auch immer, ähm, mag ja da sein, dass die Mädels dazu tanzen können, manche Jungs natürlich auch, ähm, jeder wie er halt möchte so, aber ansonsten kommt da bei mir nix rüber. Also für mich ist das eigentlich eher Clubmusik, äh, sich betäuben Musik, ähm, ne, mit allem, also was man so kennt und, äh, das ist für mich eine Art von, von Betäubung und, und Abstumpfung und nichts, was einen jetzt irgendwie weiterbringt im Leben oder irgendwie, wo du halt, äh, dich damit beschäftigen musst und vielleicht sogar mal drüber nachdenken ein paar Mal und so, also das, genau. Deswegen mögen ja die Leute, die sowas hören, zum Beispiel meinen Sound nicht unbedingt, ähm, und genauso gebe ich das dann natürlich zurück. Mir ist das wiederum zu inhaltsfrei. Aber es gibt auch in dieser Musikrichtung Ausnahmen, muss man immer dazu sagen, es gibt auch Leute, die machen hier und da mal richtig gute Trap-Songs. Richtig geile, wo auch das Autotune nicht so überspitzt dargestellt ist, wo die Melodie gut ist, wo der Beat richtig Druck hat, wo die Texte vielleicht auch geil geflext sind, auch wenn sie jetzt nicht viel sagen, sind sie gut gerappt. So, also, es gibt's, gibt's überall immer. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Auf jeden Fall, hast du da irgendwelche Tipps, ähm, in deiner Playliste, die, äh, der ein oder andere Zuhörer sich jetzt mal reinzwiblen könnte, egal ob Deutsch oder Ami oder Französisch oder sonst was? Was, was hab ich denn jetzt, da muss ich ja länger überlegen, weil es gibt da echt nicht so viele. Was hab ich mir immer gerne angehört, wenn ich das mal gerne höre? Dann ist zum Beispiel eben Bubar. Sowieso das, das OKM, was er hat, das ist OKLM. Finde ich immer noch mega krass. Dann, ähm, dieses GLEV von ihm. Also schreibt man G-L-A-I-V-E. Äh, auch von Bubar. Mega krass. Lieb ich auch. Den Beat und, und ich verstehe zwar kein Wort, weil es Französisch ist, aber, also, da kommt halt dieser, dieser sogenannte Wipe rüber bei mir. Aus Amerika, boah, hab ich jetzt gar nicht so auf den Schuhen. Was, 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 was aus Amerika. Ja, da war ich jetzt ja eben mehr bei, bei den Griselda-Jungs. Aber Ami-Land auch, auch, auch mehr Underground-Stuff, ne? Sowieso, sowieso. Also, was Rap betrifft, findest du in Amerika im Untergrund, äh, super krasses Zeug, definitiv. Aber jetzt natürlich auch langsam im Mainstream, weil Leute wie Eminem und so, ähm, ziehen natürlich auch, äh, gute Leute mit nach oben oder machen Promo für, äh, gute Leute und so. Also, der hat auch einen sehr guten Musikgeschmack. Und dem, äh, können wir das verdanken, dass Amerika nicht komplett wegscheppert. Genauso, wie wir Savas verdanken können, dass, äh, Deutschrap nicht komplett wegscheppert. Solange es nicht wegscheppert, ist alles okay so. Genau, ich meine, ab und zu mal wegscheppern ist ja in Ordnung, aber doch nicht zu 95%. Wir hatten vorhin zu Anfang direkt dein Album angesprochen, Gaia, was vor zwei Wochen, äh, auf den Markt kam, so. Mhm. Wie sieht es bei dir aus nach Album VÖ? Geht's da direkt weiter bei dir Vollgas? Oder sagst du erst mal, du brauchst deine Zeit, bisschen Ruhepause, bisschen kreative Pause, so? Tatsächlich hab ich danach, ähm, mir auch eine kreative Pause genommen, wenn man so möchte. Also, ich hab natürlich auch mit Freunden gefeiert, mit Familie war ich essen, ähm, und hab gefeiert. Ähm, und allgemein gibt's ja eben auch einen Grund zu feiern, weil das Album tatsächlich in den offiziellen deutschen Charts auf Platz 14 eingestiegen ist. Mag sich für den einen oder anderen jetzt nicht hoch anhören, aber für mich ist das erstens meine höchste Chartplatzierung und zweitens mit der Musik eben, also diese, die überhaupt nicht dem Zeitgeist entsprechend ist, ähm, oder diesem, ne, worüber wir gerade eben geredet haben, ist das auf jeden Fall eine Hausnummer, dass man das durch den treuen Fanbase bis dahin geschafft hat. Also, da kann wirklich jeder mitfeiern, also jeder Einzelne, der sich da eine CD geholt hat oder auf Spotify auf Play gedrückt hat. Ähm, ganz tolle Leistung. Und in den Rap-Hip-Hop-Charts sind wir sogar auf Platz 4 eingestiegen. Also, Farid Bang, vor mir waren nur noch Mac Miller, Farid Bang und auf Platz 1 BHZ. Bis jetzt auch sogar noch, ähm, äh, genieße ich jetzt quasi, äh, dass ich das abgegeben hab, dass es draußen ist, dass die Leute zufrieden sind und, äh, lass es mir auch gut gehen. In, in jeglicher Form. Also, ich, äh, ich geh auch ab und zu mal feiern oder ich geh gut essen und so weiter und, und treff mich halt mit Freunden. Und, ähm, genau. Aber, wie gesagt, das nächste Projekt steckt schon, äh, in den Kinderschuhen und das ist, jetzt geht's halt dann bald wieder mit einem neuen Projekt los. Äh, da werden wir auch jetzt in den nächsten 2, 3 Wochen, ähm, schon mal was bekannt geben, damit jeder weiß, worum es geht. Jetzt möchte ich es allerdings noch nicht sagen, weil es noch etwas zu verfrüht ist. Wir machen da auch noch so ein bisschen Grafik-Artwork dazu. Aber es geht prinzipiell mit einem Monat Pause nach Release, äh, direkt weiter mit dem, mit dem nächsten Projekt. Und das ist, äh, auf jeden Fall nichts nur von mir alleine, sondern mit jemandem zusammen. Aber da finden die netten Menschen daraus natürlich auch Infos auf euren sozialen Netzwerken, Plattformen, Instagram, Facebook, dies, das, boom, bang. Definitiv. Wir gehen dann damit raus. Genauso, wir kündigen das dann schon mal an. Vielleicht jetzt noch nicht, äh, mit speziellem Release-Datum, aber die Leute werden auf jeden Fall Bescheid wissen, das und was kommt. Also, das wird demnächst bekannt gegeben, aber da möchte ich erst alles, äh, alle Grafiken da haben, alles durchgesprochen haben mit den Verantwortlichen. Und, ähm, äh, dann geht das los und dann folgt gleich schon wieder, äh, das nächste Projekt. Genau. Und ich mach aber auch sogar nebenbei noch mal 3 andere Sachen, also die, die immer so nebenbei laufen. So, es gibt mich nie ohne Musik. Ich hab zum Beispiel auch gestern wieder einen Track geschrieben. Ob der jemals aufgenommen wird, steht in den Sternen. Aber ich schreib ja fast jeden Tag. Gibt's eigentlich da auch noch, äh, Free-Tracks, die du ab und zu mal rausknallst? Ich glaub, du bist wirklich der, der die meisten Free-Tracks auf YouTube rumschweben hat, oder würd ich mal sagen? Gut möglich. Also, kann ich mir, in Deutschland auf jeden Fall. Also, kann ich mir gut vorstellen. Ich mein, es gibt vielleicht noch jemand, den einen oder anderen, den ich gar nicht so kenne. Ähm, aber ich denke mal schon, dass ich auf jeden Fall da bei den Top 5 mit, äh, mitspiele, so mit, was die meisten Free-Tracks auf YouTube betrifft, genau. Das ist jetzt ja auch schon ewig, also. Was denkst du, Pi mal Daumen, wie viele sind aktuell? Also, ich glaub, ich hab letztens gesehen, irgendeiner, der das sehr akribisch gesammelt hat, war bei 292. Ähm, aber ich glaube auch, also vor allen Dingen, wenn du's so siehst, ich hab ja auch noch mal 20, 30 andere Tracks, auch immer noch hier auf dem Rechner, aus, aus, von, von, von 2005, 2006. Wenn ich die vielleicht noch mal irgendwann als Lost-Tape rausbringe, dann knack ich da auf jeden Fall die 300er-Grenze, wenn sie nicht sowieso eh schon geknackt ist. Also, ich, ich steig selber gar nicht mehr durch. Manche Leute haben Tracks von mir, die hab ich selber schon seit Jahren nicht mehr. Ich hab letztens auch einen Track gezeigt bekommen von einem Freund, so, hey, kennst du das? Ich schwöre dir, ich kannte nicht mal einen einzigen Satz, den ich da geschrieben habe. Und der konnte den mitrappen von vorn bis hinten. Und ich so, ich wusste gar nicht, dass ich diesen Song jemals gemacht hab. Auch wer diese 292-Free-Tracks nicht kennt, einfach mal auf YouTube gehen. Und ein Wochenende von früh bis spät davor verbringen, genau. Freitag bis Sonntagabend, besser als Fernsehen, Filme auf jeden Fall, to the fullest. Step into my world. Apropos Step into my world. Ein Thema, was ich super spannend finde, wo du vielleicht mal kurz ein bisschen was erzählen kannst darüber, was da genau passiert, wie du damit umgehst. Ja. Synesthesie. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Synesthesie. Ja, ist richtig ausgesprochen. Synesthesie. Synesthesie, das ist, das haben manche Leute, das ist nicht sehr verbreitet auf der Welt. Man sieht, die meisten Leute hören nur Musik. Also was heißt nur? Ist ja wunderschön, dass man das kann. Andere sind nicht so privilegiert, muss man auch dazu sagen. Deswegen, da können wir uns wirklich glücklich schätzen. Und Synesthesie bedeutet, dass ich nicht nur Musik höre oder Töne nicht nur höre, sondern ich sehe sie auch. Also ich sehe sie in Farben. Das ist erstmal das Erste. Und zweitens auch in Mustern. Also die ergeben auch verschiedene Muster. Und wenn ich mehrere Töne höre, beispielsweise eben eine Melodie, wo jetzt eine Gitarre spielt oder ein Klavier und noch drei Instrumente meinetwegen gleichzeitig, dann fließen die ineinander und mischen sich wie in so einem Farbkasten auch zu einer neuen Farbe. Und das schaffen dann teilweise sogar eben atmosphärische Bilder von meinem inneren Auge, weil ich auch sehr, sehr fantasiebegabt bin und alles immer gleich in Bildern sehe, auch wenn ich rappe oder Texte. auf der Bühne performe, sehe ich den Text vor mir. Also ich sehe quasi wie das Textblatt vor meinem inneren Auge und ich lese es jetzt nicht ab, aber ich tue mich sehr leicht mit Sprache, sagen wir es mal so, weil ich sie visuell vor mir sehe. Und so ist das auch mit Musik. Also ich sehe tatsächlich, wenn du mir ein Lied vorspielst, höre ich mir das zwei, drei Mal an und dann kann ich dir ungefähr sagen, so und so in diesem Farbspektrum bewegt sich das. Und jeder Track von meinem neuen Album hat auch seine eigene Farbe oder seine eigene Farbkombination, die sich aus zwei, drei verschiedenen Farbelementen zusammensetzt. So, genau. Und wissenschaftlich erklärbar ist das eben, dass anscheinend eben diese Nervenstränge, die das eben wahrnehmen, also für das Akustische zuständig sind oder das Optische zuständig sind, dass die bei mir irgendwie nah beieinander liegen oder übereinander liegen. Also da ist irgendwas verästelt und verzweigt, was eigentlich beim normalen Menschen auseinanderliegt, also getrennt voneinander. Und bei mir spielt das gleich zwei, also spricht das gleich zwei Sinne an, wenn ich Musik höre. Also nicht nur das Akustische, sondern auch das Optische. Aber wie genau muss man sich das jetzt wirklich vorstellen? Du hörst Musik, schließt die Augen und siehst Farbmuster oder auch mit offenen Augen hast du da irgendwie... Um es dir einfacher vorzustellen, also die Farbmuster zu beschreiben, kann ich nicht, das ist zu schwer. Also es ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil es Millionen davon gibt. Aber wie gesagt, aus diesen Mustern ergeben sich dann auch Bilder und so ist es leicht dazu zu erklären. Das ist wie, wenn du die Augen schließt und dir zum Beispiel vorstellst, du liegst am Strand und über dir ist der Himmel und vor dir ist das Meer und um dich rum noch ein paar Leute und du hörst ja dann auch sogar ein bisschen irgendwie, was weiß ich, die Möwen oder die Leute und so. Also einfach, wenn du es dir vor deinem inneren Auge vorstellst, ich bin jetzt nicht zu Hause, sondern ich bin jetzt am Strand irgendwo. Und so ist das eben. Dieses Bild, was du dann siehst, so schätze ich mal, also das Bild kommt dann bei mir automatisch, sobald irgendwelche Musik anfängt. Aber auch mit offenen Augen? Auch mit offenen Augen, genau. Also ich höre ja auch Musik auf Kopfhörer und renne nicht vor das Auto dann. Also das spielt sich wirklich vor meinem dritten Auge ab und meine anderen beiden funktionieren. Das ist so krass, weil ich, man versucht sich da natürlich immer rein zu versetzen, weißt du so, das klingt super spannend. Ja, ist schwierig zu erklären, weil es halt mit der geistigen Welt was zu tun hat und das ist halt so eine Riesenwelt, das mit Worten zu beschreiben, ist super schwer. Ist genauso, wie wenn du jetzt jemandem irgendwie Picobello erklären willst, was genau du geträumt hast. Der kann sich's dann im Ansatz vorstellen, aber der war halt auch nicht mit dabei. Aber das heißt, Menschen, die diese Synesthesie sehen oder spüren oder halt haben, sehen bei gleichen Tönen aber unterschiedliche Farben. Oder meinst du, da gibt's wirklich, dass du dann ungefähr den gleichen Vibe hast? Das ist das Faszinierende. Dafür habe ich noch nicht mit genügend Synesthetikern geredet, aber mit denen, mit denen ich geredet habe, deckt sich das tatsächlich beängstigend oft. Also, ja, da ist eine, das ist eben das Faszinierende. Da ist eine eigene, irgendeine eigene Mathematik dahinter. Also, dass tatsächlich das Klavier oft mit der Farbe Blau assoziiert wird. Dann siehst du, hast du wiederum das Wasser, was man ja auch mit der Farbe Blau assoziiert. Und dann hast du wieder die Assoziation eben zwischen Klavier und Wasser. Und, ähm, also, dass das, dass dann das Wasser quasi im Endeffekt eigentlich eine materiell gewordene Melodie ist oder eine materiell gewordene, eine materiell gewordene Frequenz. So vielleicht. So kann man das sehen. Und das eben mit anderen Instrumenten auch. Und, und die Vögel singen ja auch zum Beispiel und senden damit Frequenzen aus und so. Also, allgemein, ähm, Sound, also die Musik, hat sehr viel, ähm, oder der Ton, besser gesagt, hat irgendwas ganz, eine ganz, ganz tiefe Bedeutung, äh, im ganzen Universum. Also, davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube auch, es hat eine ganz eigene Mathematik. Also, bei der Synesthesie ist es ja auch so. Wenn, ähm, ein Klavierton gespielt wird, sehe ich die Farbe Blau. Und auf der Klaviatur ist ja ganz, ich weiß es, links oder rechts ist halt, ähm, die dunklen und die hellen Töne. Und im wahrsten Sinne des Wortes sind es nicht nur Klaviertöne, sondern auch Farbtöne. Also, wenn du, wenn du den dunkelsten Ton vom Klavier spielst, ist es für mich fast schon schwarz oder ein, äh, ganz, ganz tiefes Dunkelblau. Wenn du den höchsten Ton auf der Klaviatur spielst, ganz rechts, glaube ich, ist der, ähm, dieses Bing, dann, dann ist das eigentlich schon so ein hellblau, dass es schon wieder ein weiß ist. Also, das tatsächlich steckt da eine Mathematik dahinter. Das ist tatsächlich auch der Tonabgleich, äh, von den Tönen selbst bis zu den Farbwerten. Genau, das ist so krass, das ist richtig krass. Also, es wäre auch super spannend, da mit mehreren Menschen mal drüber zu reden, die diese Gabe auch haben. Definitiv. Also, das wäre mal, das wäre mal sehr interessant. Um wirklich zu sehen, ob sich das deckt, weil das wäre ja, ist ja Wahnsinn. Aber wenn du sagst, du hast schon mit manchen gesprochen, wo das ähnlich ist. Genau, ich hab dann so gesagt, wie siehst du das, wie siehst du die Gitarre? Und da habe ich drauf gewartet, weil ich sehe sie zum Beispiel grün und dann hat, also in diesem Song, manchmal ist die auch orange, das ist ganz komisch, je nachdem, was für eine Gitarre es dann auch ist. Also, so, so krass ist das dann. Ob E-Gitarre oder Akustik oder so. Ja, also im Endeffekt hat es, genau richtig, und im Endeffekt hat es irgendwas mit der Frequenz zu tun und mit dem Klang, wie der Klang beschaffen ist und so, es ist wirklich wahnsinnig, also interessant. Und der Typ hat dann eben auch gesagt, ja, also in dem Song würde ich sagen, geht das schon ins Grüne. Und dann habe ich gesagt, genau, so sehe ich das auch. Und das habe ich öfters gemacht und mich öfters schon unterhalten, so, und das hat wirklich in 90, also nicht in allen Fällen, aber in 90 Prozent der Fälle hat es tatsächlich gestimmt. Okay, super interessantes Thema. Voll, voll. Da bleibe ich dran, da bleibe ich dran. Wo wir gerade bei Bildern sind, bei Wikipedia zum Beispiel steht, dass du in früheren Jahren deine Kreativität auch mit Malen und Zeichnen ausgelebt hast. Machst du das immer noch so? Bist du da noch am Start oder fehlt da die Zeit? Leider nicht. Leider nicht. Da fehlt mir wirklich einfach die Zeit und die Muße und die Konzentration dafür, weil ich komme kaum hinterher, alles aufzuschreiben, was ich aufschreiben will, weil ich eben so in diesem Text und Rapding drin bin seit Ewigkeiten, dass das Malen und Zeichnen wirklich, verloren gegangen ist. Also ich könnte es oder begraben ist es so. Also ich könnte es mit Sicherheit wieder ausbuddeln. Vielleicht werde ich das auch mal irgendwann machen, wenn mal mehr Zeit dafür ist. Aber momentan gehe ich einfach von Jahr zu Jahr immer mehr in der Musik auf. Mir macht es auch wieder von vorne neue Spaß. Also es gab auch mal eine Zeit lang, wo ich halt wirklich ganz unten war und überhaupt auf gar nichts mehr Bock hatte. Und jetzt mittlerweile weiß ich, wie ich in dieser Industrie umgehen muss, wie ich mit der Öffentlichkeit umgehen muss und was für Möglichkeiten ich jetzt habe. Und da habe ich mich jetzt echt erst mal so ein bisschen dran gewöhnen müssen. Und deswegen macht mir das von Jahr zu Jahr auch immer mehr Spaß. Und das Zeichnen ist so in den Hintergrund gerückt in den letzten 10, 15 Jahren, dass das eigentlich momentan leider keine Rolle spielt. Auch wenn ich an manchen Nächten noch mal dran denke, irgendwie ich hätte mal wieder Lust, morgen ein Bild zu zeichnen oder so. Aber es kickt mich dann nicht genügend. Da setze ich mich dann doch lieber hin und schreite einen Text. Wobei ich da jetzt auch in Kombination mit der Synesthesie auch super spannend fände, was du malen würdest zu Songs von dir oder Songs irgendwelche Classics oder weißt du so, dass man einfach pro Song ein CS7Z-Bild hat. Ja, da wirst du nicht weit kommen bei mir, weil ich habe, das ist wieder das Paradoxe daran, ich habe nie gern mit Farbe gemalt. Also ich habe immer nur Bleistift gemalt. Ich habe nur Bleistiftzeichnung oder eben mit diesem schwarzen, dünnen Stabilo oder mit fetten Eddings so dann für die Schattierung und so. Also ich habe immer nur mit Schwarz gearbeitet. Oder mit Grau in dem Fall beim Bleistift, aber dann auch mit verschiedenen Stärken und so weiter. Und ich war auch im Zeichenkurs, Anfänger, Profikurs und so weiter. Ich habe gerne Porträts gezeichnet. Also bei mir war es immer sehr wichtig, Realismus zu zeichnen. Ich habe immer sehr realistisch gezeichnet, wie eben auch im Rap das Wort Real mir sehr wichtig ist. Also dass ich sehr offen, sehr ehrlich und bin in jeglicher Form, auch eben durch die Fehler und so weiter, das mir eingestehen und öffentlich auch dazu stehen und das zu sagen, okay, ich bin nicht perfekt, ich habe diese und jene Macken und so weiter. Also der Realismus halt steht bei mir, stand bei mir tatsächlich schon beim Zeichnen im Vordergrund und hat sich dann in den Rap übertragen. Also immer Realismus damals gezeichnet, mit Schraffierung, Schattierung und Bleistift. Und im Rap auch ist mir sehr wichtig, immer oder möglichst real zu rappen. Manchmal hat man natürlich ein paar Hyperbeln drin und überspitzt Sachen oder macht irgendwelche Fantasielines, einfach um eine Atmosphäre zu kreieren. Aber Realness ist mir schon sehr wichtig und war es auch damals schon beim Zeichnen. Aber mit Farben wollte ich nie. Also das, nee, das lag mir nicht. Du sagst, es ist leider auf der Strecke geblieben, das Zeichen. Gibt es aber sonst noch irgendwelche Hobbys oder kreative Tätigkeiten, die du gerne mal anfangen würdest oder immer gesagt hast, ey, da habe ich mal Bock drauf, Instrumente spielen oder sonst irgendwas, wo du sagst, das ist auch irgendwie, hast du nie aktiviert, aber hast du Bock drauf? Also was für mich natürlich noch mal ein Level krasser wäre, als zu rappen, wäre Klavierspielen. Nur leider fehlt mir dazu eben auch die Zeit und Muße. Da musst du dich ja richtig dahinter klemmen. Und nee, also es gibt wirklich keine andere Leidenschaft in meinem Leben außer Rap. Weil Rap ist das, was mir wirklich am meisten liegt. Wenn man von Hobbys noch ausgehen würde, ist es vielleicht, ich gucke einmal in der Woche, lese ich den One-Piece-Manga. Weil ich den halt schon seit ich 17 bin, glaube ich, gucke ich One-Piece und bin da als so ein kleiner Fan, so wie andere Leute von Star Trek oder was weiß ich Fans sind, so ist das bei mir von One-Piece bis heute noch geblieben. Also ich bin auf dem neuesten Stand in One-Piece und auch ein One-Piece-Nerd. Also du kannst dich auch ewig mit mir über One-Piece unterhalten. Da bin ich leider gar nicht drin in der Materie. 0,0. Aber da siehst du wieder die Parallele zum Zeichnen. Weil der Manga ist auch schwarz-weiß gezeichnet. Und ich bewundere das immer noch von dem Aichiro Oda, wie der das malt und wie der diese Landschaften zeichnet oder auch die Situation und so. Also das schaue ich mir gerne an, genau. Aber Bruder Eule zum Beispiel ist jetzt auch seit einiger Zeit auf Twitch aktiv. Ja. Wer ist damit? Wäre das was für dich? Oder sagst du, ey, das ist mir alles too much, das ist gar nicht dein Ding? Ich würde schon gerne Twitch machen, aber ich werde jetzt auch demnächst ausziehen. Also diesmal auch safe. Weil das Haus abgerissen wird, in dem ich wohne. Und dann in der neuen Wohnung überlege ich mir tatsächlich auch zu twitchen, weil man das ja auch kreativ nutzen kann. Also man kann ja wirklich alles Mögliche machen. Die einen zocken, der andere legt auf. Eule macht ja auch Newcomer-Sachen. Also es gibt quasi jüngeren, neueren Rappern eine Chance, auch mal gehört zu werden auf der Plattform. Oder eben jetzt, wie wir das auch machen, so ein Podcast oder eine Live-Schaltung und sowas. Also da kann man auf jeden Fall schöne Sachen damit machen. Bloß das ist für mich Neuland. Ich bin froh, dass ich mein Instagram- und Facebook-Game halbwegs im Griff habe. Und Twitch wird aber mit Sicherheit auch folgen. Also da hätte ich auch Lust. Und bei mir wird es dann wahrscheinlich auch sehr viel um so Sachen gehen wie amerikanischen Underground-Rap. Dann um Sachen ganz abseits von Rap. Vielleicht auch, dass man über Spiritualität redet. Oder über Depressionen. Oder irgendwie sowas. Also ich, so halt die Themen, die mich so umschwirren und umkreisen. Oder auch, was weiß ich, irgendwie Mystik oder solche Sachen so. Kann ich mir ein paar coole Formate, die ich mir da ausdenken würde, vorstellen. Aber wie gesagt, das dann erst in der neuen Wohnung. Daneben muss ich mir auch diese ganze Technik erstmal besorgen, dafür, dass das auch halbwegs gut aussieht. Und ja, dann können wir starten. Dann können wir auch mal zusammen alle twitchen. Damit abgetwitcht. Dann hoffen wir, dass das Internet in der neuen Wohnung natürlich abscheppert so. Sonst ist natürlich... Ich bin immer noch auf tausender Leitungen Kabelmodem, Alter. Also so richtig 1997, Alter. Du hattest ja auch gerade Instagram und so weiter angesprochen. Wie siehst du da die Entwicklung? Klar, man nutzt es natürlich als Künstler auch als Plattform, um seine Musik zu bewerben. Aber wie findest du da die Entwicklung in den ganzen sozialen Netzwerken? Du meinst allgemein auch bei der Jugend und so weiter? Ja, komplett, genau. Leute, die das privat nutzen und sich da vielleicht zur Schau stellen. Ja, es ist meiner Meinung nach ein Vorreiter von dem, was folgen wird in Zukunft. In den nächsten fünf bis zehn Jahren. Dass jeder quasi wie eine Art Avatar ist und eigentlich gar nicht mehr wirklich am Leben so teilnimmt, sondern sich mehr darüber assoziiert, wie viele Likes, wie viele Kommentare, was für Kommentare und so weiter er bekommt. Und das wird ja irgendwann alles noch viel wilder. Also mit Virtual Reality und so geht das dann weiter. Ich denke mal, das endet sogar so irgendwann so, dass dann Leute sogar übers Internet Sex haben. Also es wird alles sich verschieben und die virtuelle Realität ist immer mehr auf dem Vormarsch. Und das ist halt die Vorstufe davon, dieses Instagram. Also das ist eine sehr gefährliche Sache auf jeden Fall, wenn man sich nur noch mit einer Scheinwelt assoziiert. Das ist genauso damals mit dem Zocken auch. Leute sitzen acht Stunden lang nur vor Call of Duty oder sowas. Ich habe auch einen Kumpel, der das macht. Das finde ich immer ein bisschen traurig, weil ich eben sage so, okay, du schaltest da zwar Waffen frei und spielst Levels durch und so und kaufst dann wieder das nächste Spiel, um dasselbe zu machen. Aber du verschwendest im Endeffekt deine Zeit. Du nimmst am Leben gar nicht mehr richtig teil. Ich finde, ein gesunder Umgang mit Instagram ist wichtig. Ich finde, ich habe das selber ganz gut drauf. Also ich mache es manchmal an, mache meine Postings, eben um Promotion zu machen, um Werbung zu machen. Aber ich bin jetzt keiner mit, ich trinke jetzt hier einen Kaffee oder jetzt sitze ich auf dem Klo. Jetzt gehe ich gleich raus, jetzt schnüre ich mir die Schuhe und wie gesagt, am Ende dann vielleicht sogar noch, das hier ist mein Stuhlgang. Gefällt der euch? Ja, nein. Das ist wirklich eine sehr wilde Welt. Und deswegen, alles im Leben hat, egal was es gibt, das ist bei Drogen so, das ist bei Social Media so, das ist bei Schokolade so, das ist bei allem, was es gibt, ist immer die Balance wichtig. Also es gibt in jeder Sache auf der Welt nicht unbedingt, das ist böse und das ist teuflisch, sondern es ist die Balance. Also ob du drunter oder drüber bist. Weißt du, was ich meine? So, das ist bei Schokolade doch genauso. Wenn du isst vielleicht gerne Schokolade, wenn du ab und zu mal Schokolade isst, sagt doch kein Mensch was dagegen. Wenn du ab und zu mal ein Bierchen trinkst, sagt kein Mensch was dagegen. Wenn du aber jeden Tag 1000 Bierchen trinkst oder 8 Bierchen trinkst und jeden Tag 8 Tafeln Schokolade isst oder jeden Tag 8 Stunden auf Instagram bist, dann bist du aus der Balance raus. Dann übertreibst du es einfach so. Und dann ist es natürlich ungesund und was Böses. Und ich finde, ein gesunder Umgang mit allem, was einem im Leben begegnet ist, das ist der Schlüssel zum Glück. Original. Und wie man früher ja auch schon gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht das Gift. Genau so sieht es aus. Hab ich aber übrigens auch nicht drauf, in vielerlei Hinsicht zu. Also ich rede mich jetzt zwar leicht, aber ich will jetzt auch nicht sagen, ich bin hier der Buddha, der immer in der Mitte ist. Also das auf keinen Fall. Zu dem Thema, mir wurde gestern tatsächlich die App Facetune vorgestellt. Ich wusste das gar nicht. Was ist das? Hast du das schon mal mitbekommen, wo die Ladies praktisch ihre Bilder bearbeiten dann für Instagram und so weiter? Ey, absoluter Wahnsinn. Ja, 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 ich weiß, ist schlimm. Ja, wie gesagt, da siehst du es halt. Die Leute haben sich selbst nicht akzeptiert. Sie sind mit sich selbst unzufrieden. Und durch diese digitale Welt können sie sich zu dem machen, was sie sich wünschen und erträumen. Also dieser, wie sagt man so, der amerikanische Traum, wenn man so möchte, dieses vom Tellerwäscher zum Millionär. Und dieses, das wird auch immer mehr so der Fall sein. Das wird, mir kommt so voll, so ob die Welt durch dieses Social Media Ding und noch diese ganzen anderen Sachen, wie das, was du jetzt gerade gesagt hast, immer mehr in so eine Art Computerspiel verwandelt wird. Ja, jeder kann jetzt zum Beispiel auf Instagram oder TikTok oder so, wenn du irgendeine lustige Idee hast oder irgendwas Witziges machst oder so, kannst du von einem Tag auf den anderen zum Weltstar werden. Wie es teilweise auch irgendwelche flauschigen Hunde sind oder so, weißt du so, die sind, ja, die haben ja 30 Mal so viele Likes wie ich, obwohl ich seit 20 Jahren Musik mache und mich da reinhänge. Der Hund muss einfach nur süß aussehen und in seinem Körbchen drin liegen und ein Geräusch von sich geben so und der hat da 10 Mal so viele Likes wie ich drauf, so, weißt du? Also so, jeder kann jetzt alles über Nacht werden und diese Illusion wird halt den Leuten vorgehalten. Das perfide an der Illusion ist allerdings, dass, dass halt wirklich jeder auch versucht oder viele Leute eben versuchen, Millionen Leute versuchen und dass das wiederum deine Chancen schmälert. Das ist dann wie beim Lotto, weißt du? Also so viele Leute spielen Lotto, so viele Möglichkeiten gibt's, also so, ob du da jetzt zu den Gewinnern zählst, das steht natürlich wieder auf dem anderen Blatt. Die Chance ist aber jederzeit gegeben, also es ist schon ein sehr teuflisches Spiel. Wobei das auch wieder so ist, ist alles sehr schnelllebig, ne? Wie du sagst, ich find's immer gesünder, jetzt jemand, der 10, 20 Jahre Musik macht, sich das so langsam aufbaut, wie wenn du jetzt auf einmal aufwachst und bam, das ist da so, weil du musst damit gefühlstechnisch klarkommen, ja, es ist Wahnsinn, ja. Richtig, so schnell wie etwas kommt, so schnell geht's auch wieder. Davon kannst du definitiv ausgehen, also das ist wie eine Art Naturgesetz. Es sei denn, du bist wirklich einer der ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die so gesegnet sind, dass sie sich dann halten können, aber wir haben's ja schon 100 Mal gesehen, auch in der Musikindustrie, in der Rapindustrie, in Deutschland, Leute werden gehypt, zwei, drei, lass es fünf Jahre sein und auf einmal hörst du nichts mehr von denen und das war's und du triffst sie dann vielleicht in sieben Jahren an der Tanke wieder oder an der Kasse, so weißt du, was ich meine, weil sie schlecht gewirtschaftet haben, weil dann einfach nicht mehr nach diesem Superhit, der erwartete Superhit gekommen ist und der ausblieb, so, dann sind halt die nächsten drei schon wieder, stehen hinten an, die, die Superhits am Start haben, und du wirst einfach ersetzt und dann switchen deine Fans, die du zwei Jahre lang hast, einfach zu dem nächsten, jüngeren, fresheren, besseren Typen rüber, so, und das ist halt, ja, musst du halt wissen, ob du das willst, ob du da, ob du deine 15, wie sagt man, 15 Sekunden, oder waren's 15 Minuten? 15 Sekunden Fame oder so mal, ob du die haben willst oder ob du lieber weniger Fame haben willst und dafür aber beständig, so. Deswegen an dieser Stelle Shoutouts an meine Hörer und meine Supporter, die teilweise schon seit 15 Jahren meine Musik hören oder seit 10 Jahren meine Musik supporten und auch wenn du neu dazugekommen bist, wirst du auf jeden Fall in eine sehr, sehr gute Community reinkommen, was meine Hörerschaft betrifft und das sind nicht alles Hip-Hopper. Ohne zu tief auch in das Thema jetzt einzugehen, wie hast du nur die Corona-Zeit verbracht so? War das für dich kreativer Sammelprozess? Ja, genau. Also für mich, ich muss ehrlich sagen, ich fand's überhaupt nicht schlimm. Also so ich, am Anfang war's natürlich so ein bisschen ungewohnt, diese Maßnahmen. Man muss aber auch sehen, sie werden weltweit ergriffen, deswegen, wenn's jetzt nur auf Deutschland bezogen wär, dann wär ich ein bisschen stutzig geworden so oder wenn's nur auf einzelne Länder so wär, aber es war ja wirklich global oder ist immer noch global und für mich ist das absolut okay, weil ich bin eh die meiste Zeit zu Hause gewesen, jetzt in dieser Zeit. Das Einzige, was ärgerlich ist, ist jetzt mit der Tour, die werden wir höchstwahrscheinlich verschieben müssen, aber das stellt sich jetzt in den nächsten paar Tagen raus. Aber ansonsten hat sich für mich nicht sehr viel geändert, außer halt, dass man die Maske tragen muss, bei allem, was man so erledigt, wie Einkaufen und solche Dinge. Aber ich selber, also hab tatsächlich die Corona-Zeit sehr gut überstanden. Ich hab mich ja jetzt auch nicht selbstständig gemacht mit einer Firma oder sowas. Mir tut sehr leid für die ganzen Geschäfte, die hier neu in der Stadt zum Beispiel aufgemacht haben, dass die natürlich direkt dann wieder zumachen können. Also das ist eine sehr, sehr traurige Entwicklung. Aber so mich persönlich, weil du fragst ja mich, hat Corona eigentlich nicht belastet, sondern eher sogar entschleunigt und mich tatsächlich auch sogar beruhigt. Also ich bin nicht mehr ganz so ausgelassen und ausgeschweift, so wie ich es jetzt gemacht hätte, wenn kein Corona wäre. Also es ist natürlich, es ist vielleicht auch mal ganz gut, so dass man einen gewissen Dämpfer bekommt. Klar begebe ich mich jetzt hiermit aufs Glatteis mit der Aussage, aber halt für mich persönlich, ich rede wirklich nur von mir, mir hat die Corona-Zeit bis heute nicht geschadet, sondern eher, muss ich sagen, hat mir sogar ein, zwei Vorteile gebracht. Also ich habe so ein bisschen mich mehr reflektieren können, mehr zu mir kommen und ein bisschen ruhiger. Die Stadt ist ruhiger, nicht mehr jeden Tag irgendwelche wildfremden Leute vor der Tür und so. Das war schon ganz gut. Genau das Stichwort, was auch Eule genannt hat, Entschleunigung. Entschleunigung, genau. Das hat Corona mit uns gemacht und Corona gibt es ja auch in der Musik. Das ist ja diese, ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Note. Ich kenne mich mit Noten nicht so gut aus, aber Corona habe ich natürlich gegoogelt. ist eine Note, wo man so Pause lässt. Fermate oder so heißt das, glaube ich auch. Musst mal gucken, ist ein italienisches Wort und Corona, das heißt, mit so einem Punkt? Mit einem Punkt und einem Bogen drüber. Punkt und Bogen drüber. Genau, und da kann, das ist ein Ruhepunkt und da kann, irgendwie heißt, da kann der Komponist seine Zeit in dem Stück selbst gestalten, wie er möchte. Und so ist es ja hier auch, genau. Krass, wieder was gelernt auf jeden Fall. Aber gibt es trotzdem einen Ort, wo du sagst, nach diesen ganzen Einschränkungen willst du da mal wieder hin oder sagst du, ey, geht alles ganz normal weiter, ich bleibe zu Hause, ich schreibe weiter Texte oder sagst du doch, ey, nach der Einschränkung muss man mal wieder ein bisschen raus, was anderes hin. Ja, also auf jeden Fall wegen Urlaub, ich möchte gerne in Urlaub. Ich war das letzte Jahr das allererste Mal seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren wieder im Urlaub in Ägypten. Das fand ich sehr schön, das hat mir so gut getan, dass da, das ist auch viel verantwortlich für das Gaia-Album, also diese Energie, die ich da mitgenommen habe, wieder mit nach Hause. Das war wirklich für mich unfassbar befreiend und reinigend und das, wenn das hoffentlich dann mal alles der Spuk vorüber ist, hoffe ich natürlich bald wieder weite, entfernte Ziele zu bereisen. Eine der letzten Sachen, die ich hier noch ansprechen wollte, aber hast du vorhin auch schon kurz erwähnt, bezüglich Tour. Genau, also was ich auf jeden Fall sagen kann, egal in welchem Fall, ob die Tour jetzt bestehen bleibt, wie sie ist oder ob sie ins nächste Jahr verlagert wird, die Tickets verlieren sowieso nicht ihre Gültigkeit. Also da braucht sich keiner Sorgen zu machen, aber wir sind natürlich für alle Fälle gewappnet, so kann ich es mal sagen und wir gehen da auch in den nächsten, denke ich mal, ein, zwei Wochen mit der Info dann raus. Also ob das bestehen bleibt oder ob wir schieben. Ja, ich würde sagen, wir kommen so ziemlich zum Ende, weil du hast auch noch Termine. Yes. Ich danke dir aber trotzdem mal für deine Zeit, weil wir auf jeden Fall wieder einen Blumen pflücken. Hey, mir auch. Also ich finde es ja so, darf man das sagen? Wir sind ja auch privat befreundet. Du darfst alles sagen. Du weißt ja, ich bezeichne ihn, den Dirk, als meinen Engel. Jetzt kann ich dir mal auch ein bisschen Props geben in deinem Format, weil er hat damals mein erstes Album gezeigt und somit hat sich das alles für mich so ergeben, dass ich da auf jeden Fall jetzt auch auf die Map gekommen bin in Deutschland und viele, viele Leute meine Musik auch hören können und das verdanke ich dem Dirk, also der Herr aus dem Podcast hier. Er ist mein persönlicher Engel. One love, one love. Das habe ich auch schon ein, zwei Leuten, die mich immer gefragt haben, so wie der Kontakt zustande kam, dass ich tatsächlich, ich glaube, es waren Monate lang oder mindestens einen Monat im Studio, damals habe ich auch versucht, Sport zu machen, drei Schwerter, den Song gepumpt hat und der mich jeden Tag von neun wieder auf Film geschickt hat. Und ja, so hat das Ganze begonnen so. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir für die Möglichkeit. Gerne, gerne. Falls du noch irgendwas rauspüllen willst, abschließende Worte. Ja, also auf jeden Fall checkt mein Album Gaia, es kam vor kurzem raus am 29.05., also es ist noch super frisch. Checkt die ganzen Single-Auskopplungen auf YouTube, auf Spotify, auf iTunes, Deezer, Apple Music, egal was ihr halt habt und eben wie Dirk das schon vorher gesagt hat, wenn ihr jetzt nicht Geld übrig habt oder mich noch gar nicht kennt und euch erstmal ein Bild von mir machen wollt, schmeißt einfach YouTube an, gebt CR7Z ein und ihr werdet bis an die 300 Free Tracks finden. Also ihr werdet mit dem Scrollen nach unten nicht mehr fertig werden und ich bin gespannt. Also es wird auf jeden Fall für den einen oder anderen sicher der ein oder andere Track auch dabei sein und dann könnt ihr ja mal meine letzten Releases aus den letzten zwei, drei Jahren abchecken. und dann heiße ich euch herzlich willkommen in der CR7Z Army und wir sehen uns dann auf Tour, wann auch immer sie ist. So wird's gemacht und in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt gesund, seid lieb und bis ganz bald. Ahoi. Bleibt sauber. Bis bald. Ciao, ciao.